Hallo? Ja? Ja? Geht's? Es geht. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Kollegen und Kolleginnen, mein Name ist Max Höfler. Mein Name ist Max Höfler. Ich freue mich, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ich heute hier sein darf. Lieber Thomas, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass du diesen heutigen Abend so blendend organisiert hast. Ich möchte euch heute warnen und zwar vor dem Herrn Kapitalismuschef. und zwar vor dem Herrn Kapitalismuschef. Der macht alle hin. Der macht alle hin. Kaputt. Kaputt. Orsch. Orsch. Der baut sogar im eigenen Ich Der baut sogar im eigenen Ich so eine Scheißmauer auf So eine Scheißmauer auf So eine Scheißmauer im eigenen Ich So eine Scheißmauer im eigenen Ich hinter der sich der Herr Chef verschanzt hinter der sich der Herr Chef verschanzt und kräftig anschafft und kräftig anschafft. Bitte lassen wir uns Bitte lassen wir uns diesen Scheiß von uns selbst diesen Scheiß von uns selbst diesen Scheiß von uns selbst nicht mehr gefallen nicht mehr gefallen Hauen wir dem eigenen professionellen Chef Hauen wir dem eigenen professionellen Chef Im eigenen Ich Im eigenen Ich Eine in die Papalatur Eine in die Papalatur Setzen wir den eigenen Chef Setzen wir den eigenen Chef Im eigenen Ich Im eigenen Ich Endlich ab Endlich ab! Danke mal! Großgeweite! Jetzt müssen wir tanzen! Er hat es nicht gemacht! Er hat es nicht gemacht! Hat er aufgelegt?